Willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Wir sind wieder in Dayang und ich habe jetzt schon die Tür geöffnet, weil ich ja die Schlüssel gefunden hatte. Und wir werden jetzt hier in die Söhne reingehen, wo wir letztes Mal waren. Mit E drücken? Okay, jetzt bin ich gespannt. Shelter, Manor Farm, Fast Travel, Sleepen. Okay, wir können alles hier machen. Achso, wir können hier schlafen. Okay. Okay. Und für schnelles Reisen können wir hier machen. Sehr schön, Leute. Wir können jetzt nur hier hin. Okay, wir müssen weiter erforschen. Und wir gehen wieder raus, würde ich sagen. Hups. Kuh, Beck. Schlafen können wir nicht. Wir gehen wieder, Kuh, Beck. Okay, wir haben also unterirdischen Hüllen, wo wir die Nacht verbringen können. Wird es doch noch dunkel? Wir haben jetzt die Schlüssel. Können wir jetzt hier auch raus? Raussichtig, oder? Schauen wir mal nach. Weil ich ja in der letzten Folge die Schlüssel gefunden habe. Ja, wir können hier raus. Okay, es wäre vielleicht sinnvoller. Cool. Wir können hier mal gucken, was hier ist. Hier waren wir auch noch nicht drin. Oder? Ach, hier sind wir oben lang geklettert. Wir schauen mal nach, ob wir hier was finden. Aber es sieht nicht danach aus. Nein, jetzt freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Zu einer neuen Folge Day Young. Und wir gucken jetzt mal, was auf uns zukommt. Nee, hier ist nichts. Und ich würde glatt sagen, wir speichern noch mal ab. Vorher. Aber wo war ein Speicherpunkt? Da um war keiner. Hier war einer. So, wir speichern mal ab. Und wir werden jetzt wieder rausgehen aus der Höhle. Also aus dem Gebäude hier. Da haben wir drei Speicherpunkte um uns rum. Hier ist die Höhle. Was ist das hier? So, wir werden jetzt mal probieren, hier hinzukommen. Twin Houses waren wir. Die Karte ist ja sehr groß. Hier war die Karte irgendwo zu sehen. Ich gucke gerade mal. Map. Das war die normale. Quest. Und Dock. Na gut, wir werden jetzt mal weiter dackeln. Mal schauen. Oh, halt. Ich habe was gesehen, oder? Nee, doch nicht. Wir werden weiter dackeln. Mal schauen, was jetzt noch auf uns zukommt. Wir haben zumindest jetzt erstmal ein paar Schlüssel. Und wir sind wieder außerhalb dieser Festung. So, ich schaue nochmal in die Karte. Hier runter müssen wir. Da ist blinkt was grün. Ich vermute mal, wir müssen dorthin. Sollen wir uns jetzt mal angucken. Nebenbei wir hier noch ein bisschen was einsammeln. Da drüben sind die Twin Houses. Da waren wir ja schon. Da hinten sind die Tempelruinen. Da dackeln wir gerade hin. Ne, genau. Da laufen wir hin. Halt, da war was. Glaube ich immer. Da. So, die nehmen wir mit. Da oben ist der arme Kerl, der an den Baum gebunden ist. Könnt ihr euch bestimmt noch dran erinnern. Die arme Sau. So, und wir schauen uns jetzt nochmal um hier. Hier haben wir auch nochmal einen Speicherpunkt. Den werden wir auch gleich missbrauchen. Dann gehen wir mal runter zu den Ruinen. Ob da noch was ist. Können wir was bauen schon? Kräften? Jo, wir können einen Heilbeutel bauen. Den machen wir jetzt mal. Okay, jetzt haben wir es gelernt. Dann können wir es auch gleich anwenden. So, hier oben waren wir langgeklettert. Wo geht es denn dahin? Da kommen wir nicht lang. Fuck. Okay. So, da wollte ich doch gar nicht runter. Ich wollte doch nur da hoch. So, und hier ist dieser Typ, der hier bauen, buddeln, äh, rumlatscht mit der Axt. Oder der Sinne. Der dicke, fette Bänsemann, der läuft hier rum. Und da oben war ein Zettel, den, glaube ich, haben wir schon eingesammelt, ne? Wir werden uns jetzt mal ran machen und werden uns da reinschleichen. Wir sammeln gleich hier ein paar Sachen ein. Okay, die können wir nicht einsammeln. Und ich würde sagen, wir gehen mal hoch zu dieser Tempelanlage. Und schauen uns da mal um. Ich höre den nur laufen hier. Hört ihr den auch? Mal gucken. Wo ist er? Mopsi, 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 wo bist du? Ich darf das sagen, wäre auch bummlich. Ich höre ihn auf jeden Fall. Okay. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Sieht einer von euch hin? Sieht ihn nicht rumlaufen hier? Da hinten läuft er. Gleich verstecken. Gleich verstecken. Damit er uns gar nicht entdeckt. Okay, da läuft also eine große Runde. Ich vermute mal, dass wir irgendwas da an diesen Ruinen finden können. Da hinten sind auch noch Ruinen, wie ich sehe. Da werden wir uns gleich mal umgucken. Wir warten mal, bis er hier weg ist. Und dann gehen wir mal runter. Und gucken mal, was der kleine Mopsi dort beschützt. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da kommt er. Da kommt er. Seht ihr ihn? Bum, bum, bum. Mit Sense. Gleich schärft er sie bestimmt wieder. Und will uns damit einschüchtern. Wie er trampelt. Wie ein Stier. Also der hat definitiv Plattfüße. So, da gebe ich das hier runter. Ich hoffe es. Nein, 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 nein. Ach doch, ich habe es überlebt. Egal. Eigentlich sind wir geisteskrank. Okay, haben wir hier was? Wir könnten was essen. Ich hoffe, es ist nicht giftig. Mal sehen, wo Mopsi ist. Ich sehe ihn nicht. So, da ist wieder was. Okay. Wir haben die Tempelrolin entdeckt oder erforscht. Wo ist der dicke Mann? Kann man hier noch was erforschen? Erforschen? Mal entdecken. Außerdem, ob sie. Ich gucke schon die ganze Zeit, ob ich ihn irgendwo sehe. Aber ich entdecke ihn nicht. Hier kann man nichts entdecken. Erhe ich ihn irgendwo? Kann das sein? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wo kommt denn der jetzt her? Oh, 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 oh. Ich bleib hier stehen. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Oh, er kommt immer näher. Und wo kommt er? Rechts, ja, links, links. Boah. Er hat was nicht gesehen. Schnell ab in die Gebücher. Der Brauns kann ich noch nicht sehen. Boah, das war knapp, Leute. So, wo kommen wir hier hin? Hier ist noch eine Tempelanlage. Okay, hier scheint aber nischt zu sein. Doch, da ist es. Was war das? Mal gucken. Ja, Bieren. Noch mehr Bieren. Komm mal hier hoch. Ne, komm mal. Nein, 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 nein. Boah, wir haben es überlebt, Leute. Nein, das überleben wir nicht mehr. Doch, haben wir überlebt. Wow, das war ein Glück, Leute. So, wir werden uns jetzt mal super heilen. Würde ich sagen. Ja, wie ein normaler Teilpaket. Weil so verletzt sind wir nicht. Ja, es lebt uns, haut uns schon fast voll, seht ihr? So, wir müssen auch rüber, so wie es aussieht. Wir scheinen hier irgendwie richtig zu sein. Ich gucke mal, ja, sieht so aus. Mal gucken. Jetzt sind wir Anlauf und... Hopps! Jawohl, und sie hat es geschafft. Oh, kackt den. Okay, hier sind Stäbchen. Hier müssen wir hoch. Ich schaue mich mal um. Also, wir müssen mal rüber, so wie es aussieht. So, und dann müssen wir da rüber. So. Dann müssen wir da rüber. Oh Mann, ey, da brauchen wir Kondi ohne Ende, Leute. Okay, da hoch. Okay. Scheiße. Ja, wir sind tot. Tot, tot, tot. Wir sind ganz böse tot. Und ich würde sagen, ich glaube, wir starten wieder ganz vorne. Ich muss da scheinbar hin, um auf die höhere Plattform-Ebene zu kommen. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt wieder hier starten. Ich bin jetzt auch ganz frech. Ich laufe jetzt einfach da hin. Und nehme den Krempe, der herumliegt. Der war ja zu dem Zeitpunkt nicht da, der dicke Mopsi. Ich hoffe jetzt auch nicht. Da läuft er gerade. Perfekt, Leute. Oh, der hat mich gesehen. Heck hier. Heck hier. Los, Mopsi, komm schon. Wer ist hinter uns her? Scheiße. Jetzt bin ich ein dicker Sack, du. Du brichst mich hin. Nein, 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 nein. Scheiße. So, ich habe ein kleines Bild angesetzt. Wir sind wieder an dieser Stelle. Ich muss hier hoch, ich muss hier hoch, ich muss hier hoch. Aber wo komme ich da hin? Mal gucken. Ich habe auch noch was. Ich hoffe, dass wir genug Fitness haben, um das rauszufinden. So, wir sind jetzt wieder einfach an diesem Ort, wo wir hier hochklettern müssen, Leute. Ach, da hoch, wa? Und jetzt da hoch? Sauber, wir haben es geschafft. Oh, 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 oh. Los, beeil dich. So, wir sind jetzt hier oben. Und jetzt ein paar Bugs sind hier. Okay, jetzt müssen wir da hoch. Ist ja noch irgendwo was versehen können. Wir können nichts sehen. So, wir müssen jetzt also da rüber, ja? Okay, Leute, dann drückt mal die Daumen. Boah, gerade so. Warum seid ihr jetzt? Komme ich denn noch höher? Hm. Komme ich denn jetzt da hoch? Habe ich irgendwas übersehen, Leute? Und wie habe ich das Gefühl, dass wir Probleme haben, gerade? Wir werden mal was zu uns nehmen. Was ist denn das hier? Pharmatools? Herbarium? Das habe ich irgendwas gefunden. So, wir sehen hier im Moment alles verschwommen. Seht ihr das? Ich weiß noch nicht, warum. Wieso? Ich komme da nicht hin. So, ich habe das gerade mal hier rüber geschafft. Wieso schaffe ich es denn jetzt nicht? Ja, ja. Na gut, Leute, ich hänge jetzt hier fest. Aber irgendwas stimmt mit mir hier auch nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich... ...habe hier optische Probleme. Das sieht ihr ja selber. Und ich weiß noch nicht, wo dran das liegt. Und ich bin wieder unten. So, ich klettere mal nochmal da hoch. Ich klettere dann so hoch. Jetzt bin ich tot. Na gut. Ich komme einfach nicht weiter zur Zeit. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und ihr seid zunächst mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, die Jungen mit mir, den Berliner. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar einschreiben. Vielleicht auch einen Daumen da lassen, wenn ihr Bock habt. Oder der einen oder anderen Abo. Und somit sage ich, tschö, bis zum nächsten Mal. Euer Berliner.